Eine wirklich unangenehme Mission. Man hätte sie mir ersparen können. Auch ich habe ein Herz. Aber Krieg ist Krieg. Männer von Europa, ihr verachtet Asien und Afrika und bezeichnet uns, glaube ich, als Barbaren. Aber wenn Ruhmsucht und habt ihr euch herlockend zu uns, dann plündert ihr, dann foltert ihr, dann metzelt ihr nieder. Wer ist also hier der Barbar? Ihr eitlen Griechen, trunken von euren Taten. Ihr habt heute wenig Anlass, stolz zu sein. Die Griechen haben gesiegt. Und? Fehlen sie als Verteidiger ihrer eigenen Grenzen? Oder der ihrer Mauern? Nein, sie sind für nichts gefallen in der Fremde, ohne ihre Kinder wiederzusehen. Der Boden Trojas hat sie wahllos verschlungen. Du bist bloß noch eine Lumpenhülle, oh mein trauriger Leib. Man wird dich mit Lumpen umhüllen. Du wirst auf dem nackten Boden liegen müssen. Und ich war Königin von Troja. Die Troarin des Euripides. Am 8. und 9. Juli sowie am 19. und 20. August um 18.30 Uhr in der Kunststätte Bossart. Karten können an der Museumskasse erworben und telefonisch oder per Mail reserviert werden. Von der Schauen-Maschス. Anahein! Anahein! Untertitelung des ZDF, 2020